Guten Appetit! Danke gleich, was gibt's überhaupt zu essen? Was gibt's? Gnocchis, siehst du doch! Oh super, lecker! Tomatensauce haben wir auch noch gemacht. Erstmal brauche ich Gnocchis. Erstmal Gnocchis bitte, kannst du mir einchecken? Vorsicht Thomas, es ist heiß, weil dein Arm wechselt sich aus. Auch ein paar, aber nicht zu viele, weil ich bin auf die Ehe. Soße? Oh, die sieht aber... Oh ja, die sieht aber sehr delikat aus. Sie sieht sehr gut aus. Sehr delikat, die Soße, muss ich sagen. Kannst du mir auch Käse drauf machen? Danke! Da haben wir ein bisschen Petersilie hier. Petersilie, natürlich. Dankeschön. Gern. Etwas Salz und Pfeffer. Jüla, darf ich mal deinen Mangosaft probieren? Dankeschön. Kannst du mir mal die Cola reichen, bitte? Das ist mein Geschmack. Aber haben wir irgendwo noch mein Bierstick? Dein Bier? Ja, hier. Kannst du mir mal die Cola reichen? Super, der brandt wie hier. Aber Mann, machen wir mal mein Bier bitte auf. So, bitteschön. Brandt wie hier, hier. Brust. Also, guten Appetit, Sous-Ablay. Brust. Brust. Kompliment an die Küche. Schmeckt sehr gut. Fast wie bei Vitainer. Das ist brandig. Okay. Die Küche. Die Küche. Vielen Dank.